Sie hören den Artikel Fliegendes Spaghetti Monster aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 11. Juni 2014. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Like 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Das fliegende Spaghetti Monster, englisch Flying Spaghetti Monster, kurz FSM, ist die Gottheit einer im Juni 2005 vom US-amerikanischen Physiker Bobby Henderson begründete Religionsparodie. Ihre Glaubenslehre persifliert die kreationistische Pseudowissenschaft Intelligent Design, die auf Betreiben der Intelligent Design Bewegung gleichberechtigt neben der Evolutionstheorie im Biologieunterricht mehrerer US-amerikanischer Schulbezirke gelehrt werden soll. Die parodistische Religion trägt im Englischen den Namen Flying Spaghetti Monsterism. Außerdem ist die Bezeichnung Pastafarianismus, ein Kofferwort aus Pasta und der Rastafari-Bewegung, verbreitet. Ihre Mitglieder bezeichnen sich selbst als Pastafari. Der Name des fliegenden Spaghetti Monsters rührt von seiner Ähnlichkeit zu einer großen Portion Spaghetti mit Fleischbällchen, Spaghetti with Meatballs und Stilaugen her. Anstelle der Hand Gottes sprechen Pastafaris von His Nutterly Appendage, seinem nudeligen Anhängsel. Idee und Verbreitung Der Anlass für die Gründung dieser Religion war die öffentliche Diskussion um die Unterrichtung von Intelligent Design an US-amerikanischen Schulen. Unter Verweis auf das, gerade auch von den Verfechtern des Intelligent Designs verwendet, Argument der Gleichberechtigung forderte Henderson in einem offenen Brief an die Schulbehörde von Kansas, auch seine Glaubenslehre müsse wie die Kreationistische im Unterricht vermittelt werden dürfen. Diese Forderung ist als Parodie zu verstehen und soll zeigen, dass religiöse Inhalte im naturwissenschaftlichen Unterrichts nicht zu suchen haben, völlig ungeachtet des persönlichen Glaubens. Seitdem gewinnt die Religionsparodie der Pastafari stetig an Sympathisanten. Die Aktion hat sich zu einem soziokulturellen Phänomen entwickelt. Dutzende Weblogs trugen zur weiteren Verbreitung bei, deren Geschichte nur durch die technischen Möglichkeiten des Mediums Internet zu erklären ist. Ebenfalls Aufsehen erregen die enormen Preisgelder, die auf eine Widerlegung der Idee ausgelobt werden. Eine bestehende Wette des Kreationisten Kent Horwind parodierend schreibt das Blog Boing Boing. Auf Deutsch, wir sind bereit, jeden 250.000 US-Dollar zu zahlen, der empirische Beweise erbringen kann, dass Jesus nicht der Sohn des fliegenden Spaghetti-Monsters ist. Das Preisgeld wurde inzwischen auf über eine Million Dollar erhöht. Es geht hier jedoch nicht darum, das Prinzip der Unmöglichkeit eines solchen Beweises zu unterstreichen. Es ist keine Glaubenslehre des Pastafaris, dass Jesus der Sohn des fliegenden Spaghetti-Monsters sei. Nach Angaben der ersten Vereinigten Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters in Deutschland gibt es weltweit, Zitat, Der Einfluss der sinkenden Anzahl von Piraten auf die globale Erwärmung. Die Welt wurde vom nicht nachweisbaren fliegenden Spaghetti-Monster erschaffen. Alle Hinweise auf eine Evolution wurden von eben diesem bewusst gestreut, um die Menschen zu verwirren. Bobby Henderson ist der Prophet dieser Religion. Piraten werden als die ursprünglichen Pastafaris verehrt. Lebensmaxine der Gläubigen ist WWAPD What would a pirate do? Englisch für Was würde ein Pirat tun? In Anspielung auf die christlichen Slogan WWJD What would Jesus do? Englisch für Was würde Jesus tun? Das fliegende Spaghetti-Monster verlangt das Tragen von Piraten-Insignien. Full Pirate Regelia Einzige Ursache für die globale Erwärmung, Orkane und alle anderen Naturkatastrophen ist die sinkende Zahl von Piraten seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Dies gilt unter Pastafaris als empirisch bewiesen. In diesem Zusammenhang wurde auch der mehrdeutige englische Ausdrucks Pirates are cool bekannt. Cool kann in diesem Fall sowohl als abgefahren als auch als kühl verstanden werden. 2008 interpretierte Henderson die wachsende Piratenaktivität im Golf von Aden als einen weiteren empirischen Beweis für die Richtigkeit des Erwärmungsdogmas. Denn es sei festzustellen, dass Somalia weltweit die höchste Piratendichte und gleichzeitig die niedrigste CO2-Emission aufweise. Nach dem Tod stehen den Gläubigen im Himmel unter anderem ein Biervulkan und eine Stripper- und Stripperin-Fabrik zur Verfügung. Gebete beenden die Anhänger mit dem Wort Ramen, der Bezeichnung für eine vor allem in Japan verbreitete Nudelart. In dem Buch des Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters werden unter anderem analog zu den zehn Geboten des Christentums die acht »Mir wär's wirklich lieber, du würdest nicht« beschrieben, die vom Spaghetti-Monster gepredigt werden. Die darin erklärten Grundsätze sprechen sich unter anderem gegen Diskriminierung, Vorurteile, religiöse Dogmen, Nötigung und Frauenfeindlichkeit aus. Das achte »Mir wär's wirklich lieber, du würdest nicht« beschreibt eine abgewandelte Form der goldenen Regel. Es fordert zur freien Liebe und dem Gebrauch von Kondomen auf. Die acht »Mir wär's wirklich lieber, du würdest nicht« Erstens »Mir wär's wirklich lieber, du würdest nicht wie eine oberheilige Heuchler aufspielen, wenn du meine nudellicke Güte beschreibst. Wenn irgendwelche Leute nicht an mich glauben, dann ist das echt okay. Ich bin nicht so eitel, außerdem. Es geht nicht um diese, also weich nicht vom Thema ab. Zweitens »Mir wär's wirklich lieber, du würdest nicht meine Existenz als Mittel benutzen, zu unterdrücken, jemanden zu deckeln, zu bestrafen, fertig zu machen und oder du weißt schon. Ich verlange keine und benötige keine Opfer. Und Reinheit ist was fürs Trinkwasser, nicht für Menschen. Drittens »Mir wär's wirklich lieber, du würdest nicht Leute wegen ihres Aussehens beurteilen oder was für Klamotten sie anziehen oder wie sie reden und wie auch immer. Sei einfach nett, okay?« »Oh, und krieg das mal in eure Dickschädel. Frau gleich Person, Mann gleich Person. Klar? Klar. Eine ist nicht besser als der andere, solange wir nicht über Mode reden. Tut mir leid, aber ich hab das den Frauen überlassen und einigen Kerlen, die den Unterschied zwischen Dunkeltürkis und Scharlachrot kennen. Viertens »Mir wär's wirklich lieber, du würdest nichts tun, das dir selbst oder deinem breitwilligen, volljährigen und geistig gesunden Partner peinlich sein müsste. Wem das nicht passt, der kann mich mal. Ich glaube, die Formulierung lautet »am a... lecken« Wem das auch nicht passt, der sollte am besten die Glotze ausmachen und zur Abwechslung ein Stück spazieren gehen. Fünftens »Mir wär's wirklich lieber, du würdest dir die verklemmten, frauenfeindlichen Vorstellungen anderer nicht auf nüchternem Magen anhören. Esst etwas, dann macht euch über die Idioten her.« »Mir wär's wirklich lieber, du würdest nicht Multimillion-Dollar-Kirchen, Moscheen, Tempel, Schreine für meine nudelige Güte erbauen.« Das Geld kann man nun wirklich sinnvoller anlegen. Sucht euch etwas aus. Armut zu beenden, Krankheiten zu heilen, in Frieden leben, mit Leidenschaft lieben und die Kosten von Kabelfernsehen senken. Mag ja sein, dass ich ein komplexes, allwissendes Kohlenwasserstoffwesen bin, aber ich mag die einfachen Dinge im Leben. Ich muss es wissen, ich bin der Schöpfer. Siebtens »Mir wär's wirklich lieber, du würdest nicht rumgehen und Leuten erzählen, ich würde zu dir sprechen.« »Du bist nicht so interessant. Nimm dich mal zurück.« »Und ich sagte dir bereits, dass du deine Mitmenschen lieben sollst. Kannst du keinen Hinweis erkennen?« Achtens »Mir wär's wirklich lieber, du würdest andere nicht so behandeln, wie du nicht selbst gern behandelt werden möchtest. Es sei denn, du bist mit Sachen zugegangen, in dem, ähm, eine Menge Leder, Kleidcreme und Las Vegas eine Rolle spielen. Sollte die andere Person auch darauf abfahren, dann macht es. Sie auch, Punkt 4. Macht Fotos und bei der Liebe Mikes benutzt Kondome. Hätte ich nicht gewollt, dass es sich gut anfühlt, dann hätte ich Stacheln dran gebastelt oder so. Kopfbedeckung Es hat in Europa mehrfach Auseinandersetzungen mit Behörden gegeben, nachdem sich Anhänger des Kults als Ausdruck ihres religiösen Bekenntnisses mit einem Nudelsieb als Kopfbedeckung auf eingereichten Fotos für Ausweisdokumente zeigten. Im deutschen Sprachraum erhielt der Pastafarianismus im Juli 2011 größere Aufmerksamkeit, als sich der österreichische Atheist Nico Alm für sein Führerscheinfoto mit einem Nudelsieb als Kopfbedeckung hatte ablechten lassen. Er kritisierte damit ein Der Führerschein wurde nach einer Vorladung zum Amtsarzt drei Jahre nach Beantragung 2011 abgeholt. Bei Rüdiger Weider, der sich in Deutschland mit Piratentuch auf dem Führerschein ablichten ließ, war der religiöse Bezug hingegen eindeutig. Der Belgier Alian Kraulus beantragte 2013 einen Personalausweis mit einem Foto, das ihn mit türkisfarbenem Nudelsieb aus Kunststoff als Kopfbedeckung zeigt. In Belgien ist das Tragen von Kopfbedeckung auf Ausweisdokumenten nur gestattet, wenn der Antragsteller dafür religiöse oder medizinische Gründe anführen kann. Kraulus beruft sich auf solch ihren religiösen Schutz mit dem Hinweis auf seine Zugehörigkeit zum Pastafarianismus. Die Einwohnerbehörde der Provinzhauptstadt Hasselt hat die Ausstellung des Dokuments verweigert. Kraulus hat dagegen bei der Antidiskriminierungsbehörde interveniert. Der tschechische Politiker Lukas Nowy hat sich in Brünn einen vorlehrläufigen Personalausweis ausstellen lassen, auf dessen Foto er das Nudelsieb trug. Auf Intervention des tschechischen Innenministeriums wurde der Personalausweis für ungültig erklärt, da der Glaube an das fliegende Spaghetti-Monster nicht als Religion anerkannt ist. Geschichte Auf seiner Website zitierte Henderson unter anderem George W. Bush, der sich für die Vermittlung von nicht-evolutionären Überzeugungen wie Intelligent Design an Schulkinder ausspricht. Daher fühle Henderson sich in seinem Anliegen, Pastafarianismus unterrichten zu lassen, von Bush bestärkt, der zu dieser Zeit das Amt des Präsidenten der USA innehatte. Die Idee wurde in zahlreichen Modifikationen vorgestellt, welche in den USA regional vertretene christliche Sekten parodieren. Der Cult of Oregano Die Reformed Church of Alfredo Orthodox Monsterist Church of West Virginia Mystical Order of the Flying Spaghetti Monster Die Moomin Church of His Spaghetti-Ness von Jersey Kanalinseln Oder die SPAM The Spaghetti and Pulsar Activating Meatballs Deutsch Die Spaghetti und Pulsar aktivierende Fleischbälle Die Abkürzung ist ein Wortspiel mit SPAM Seit 2012 gibt es in Polen Bestrebungen, die polnische Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters öffentlich-rechtlich anerkennen zu lassen. Im März 2013 wurde der Registrierungsantrag vom Ministerium für Öffentliche Verwaltung und Digitalisierung abgewiesen, mit der Begründung, dass die Kirche nicht zum Zwecke der gemeinschaftlichen religiösen Glaubensbekennung und Missionierung, sondern vielmehr zur Religionskritik gegründet sei. In Polen sind nicht-religiöse Weltanschauungsgemeinschaften nicht den Kirchen gleichgestellt. Die Antragstellung und seine Abweisung fanden ein starkes Presseecho. Im April 2014 beantragte die österreichische Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters die offizielle Anerkennung. Die staatliche Anerkennung als Glaubensgemeinschaft verwehrte das österreichische Kultusamt der Satirekirche, jedoch mit der Begründung, es fehle einen Bezug zur religiösen Lehre. Feiertage und Feste Das wichtigste Fest und die wichtigsten Feiertage des Pastafarys sind die Holidays. Da Pastafarys sich nicht an religiöse Dogmen zu halten brauchen, gibt es weder festdefinierte Tage noch Zeiten, Prozessionen oder Orte für dieses Fest, wobei es jedoch vorwiegend in der Weihnachtszeit veranstaltet wird. Üblicherweise wird es mit der Familie und einem üppigen Mahl gefeiert. Das Pastar-Fest entspricht dem Pessach-Fest bei den Juden und dem christlichen Ostern. Zu dieser Zeit verspeisen Pastafari große Mengen an Pasta, welche von Familienmitgliedern in Piratenkluft zubereitet wird. Ramendan entspricht dem Ramadan der islamischen Fastenzeit. Pastafari ernähren sich in dieser Zeit ausschließlich von der bei Studenten beliebten Instant-Nudelsuppe Ramen, um der Zeit zu gedenken, als sie noch hungrige Studenten waren. Ramendan ist wahrscheinlich der unkommerziellste Pastafarianische Feiertag, da es keine Pastafest-Sonderangebote gibt. Am Ende der Fastenzeit verschenken Pastafari den übrig gebliebenen Vorrat an Instant-Nudelsuppen an Bedürftige. Halloween ist ein sehr wichtiger Feiertag für Pastafari. Zu diesem Fest gedenken sie der Piraten, als diese noch in Freiheit über die Meere segelten. Pastafari verkleiden sich zu Halloween meist als Piraten und verschenken Süßigkeiten an Kinder. Laut dem Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters waren Piraten früher bekannt dafür, Süßigkeiten an Kinder zu verteilen. Doch Piraten nahmen von dieser Tätigkeit Abstand, als man sie zu verfolgen begann. Am 19. September feiern die Pastafaris den Sprich-wie-ein-Pirat-Tag, an dem man sich wie ein Pirat verkleidet und jedem Satz ein Arr als Schlusswort hinzufügen soll. Pastafari werden an diesem Tag zu Missionierungsaktionen aufgerufen, da Krog selbst die hartnäxigsten Menschen zum Pastafarianismus bewegen können. Angeblich finden rund 50% der jährlichen Beitritte zum FSMismus an diesem Tag statt. Dieser Tag wird auch in den bekannten MMORPGs, World of Warcraft und Guild Wars gefeiert. Der heiligste Feiertag des Pastafaris ist der Freitag, welcher jede Woche stattfindet. An diesem Tag soll man es als Pastafari ruhig angehen lassen. Der Freitag steht für die Jenseitsvorstellungen der Pastafari, den Biervulkan und die Stripper-Manufaktur. Außerdem zählen alle kommerziell ausgeschlachteten Feiertage zu den Festtagen. Viele Geschäfte verwenden nicht den Slogan fröhliche Weihnachten, sondern frohe Festtage, englisch Happy Holidays, siehe oben. Dies ist für Pastafaris ein Zeichen der wachsenden Ausbreitung ihrer Religion. Sie hörten den Artikel Fliegendes Spaghetti Monster, gesprochen am 14. Juni 2014 von Lord Euder. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org.wiki.fliegendes Spaghetti Monster. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BYSA 3.0 Unported sowie der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.